Die Sendung wurde live untertitelt Okay, hör mir gut zu. Geh ins nächste Schlafzimmer. Krieg unter das Bett. Sag Bescheid, wenn du darfst. Ich bin da. Okay, was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Sie werden dich mitnehmen. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Falls Sie auf Lösegeld auch sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir im Laufe einer langen Karriere angeeignet habe. Fähigkeiten, durch die ich für Typen wie Sie zum Albtraum werde. Wo sind Sie? Wenn Sie meine Tochter jetzt freilassen, ist die Sache erledigt. Du hast 96 Stunden. Wofür? Um sie zu finden. Nein! Aber wenn nicht, werde ich Sie jagen. Wo ist sie? Ich werde Sie aufspüren. Und ich werde Sie töten. Viel Glück. Ich werde Sie auf dem Weg gehen. Vielen Dank.